Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen KLA-TV-Sendung aus dem Studio Augsburg. Unser heutiges Thema, USA sichert sich militärischen Vorteil, Russland zieht nach. Der Konflikt zwischen den USA und Russland hat neben den Wirtschaftssanktionen auch die technische Zusammenarbeit beider Großmächte erreicht. Die USA hatten in den frühen 1990er Jahren versprochen, die Aufstellung von Stationen des russischen Navigationssystems GLONAST auf ihrem Territorium zuzulassen. Im Gegenzug sendete bis Ende Mai 2014 elf GPS-Stationen von russischem Territorium aus Daten an die USA. Die GPS-Bodenstationen, die für die Genauigkeit der Ortung von unter einem Meter sorgen, sind für das Militär notwendig, um Präzisionswaffen auf Ziele lenken zu können. Überraschend erklärte Washington Ende 2013 jedoch, GLONAST-Stationen würden die nationale Sicherheit der USA gefährden und zog seine Zusage zurück. Anfang Juni 2014 hat Russland nun darauf reagiert und im Gegenzug die amerikanischen GPS-Stationen auf russischem Territorium vorläufig außer Betrieb gesetzt. Handelt es sich hierbei um eine weitere Eskalationsstufe zwischen den westlichen Verbündeten und Russland? Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und freuen uns, wenn Sie unsere Sendung weiterempfehlen und wenn Sie morgen auch wieder bei uns reinschauen. Auf Wiedersehen!